Ich hab noch gesagt, ich weiß ein Leserböchste. Ich hab nicht beschrieben, Schiff. Der Wiener. Du magst die besten Wiener, da brauchen wir von Supermarkt. Ich weiß gar nicht, was ich alles einsehe. Supermarkt, wir haben ja kein Wiener. Ich weiß gar nicht, was ich alles einsehe. Ich hab' mir gesagt, ich weiß nicht, was ich alles einsehe. Ich hab' mir gesagt, was ich alles einsehe. Ich hab' mir gesagt, was ich alles einsehe. Wir brauchen keinen Supermarkt nicht. Wir machen auch die besten Wiener selber. Dann brauchen wir keinen Supermarkt nicht. Oder, was sagst du dazu? Du magst doch nicht beißen, oder? Dann brauchen wir keinen Supermarkt nicht. Dann brauchen wir keinen Supermarkt nicht.